Wir sind jetzt bereit, in die weite Welt nur wir drei. Oh baby, jetzt ist unsere Zeit, die Welt ist unser Reich. Oh yeah, oh yeah, oh, hei, 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 hei. Servus Mami's und herzlich willkommen in Ghana. Ja, wir sind in Ghana, das ist jetzt der zweite Tag, eigentlich der erste offizielle Tag. Meine Freunde sind gestern in Ruhe angekommen, haben dann noch sehr lange getratscht in der Nacht zum Schlafengang. Und jetzt gehen wir mal ordentliches Mittagessen. Das ist die Crew, das ist das. Wir gehen auch local essen und zwar zu einem Lokal, das sich Perfect Touch nennt. Das ist ein ghanesisches Restaurant. Ich habe bisher noch nie ghanesisch gegessen, aber die Küche ist ziemlich ähnlich zu nigerianischen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf die ghanesische Küche hier. So, wir haben uns schon mal Essen bestellt, es sollte bald kommen, aber jetzt trinke ich hier ein leckeres afrikanisches Fanta. Es gibt nichts besseres als afrikanisches Fanta. Unser Essen ist da und wir haben uns eine Portion zusammen bestellt, weil einfach Portionen hier in die Gare so groß sind, dass eine ganze Familie davon essen kann. Was essen wir da? Also Reis und... Weißer Reis und Beefsteak. Schaut sehr lecker aus. Riecht auch sehr lecker. Jetzt probiere ich mal ein bisschen diese Cheto, das ist so eine scharfe Soße mit bisschen Fisch auch drinnen. Mal so. Die soll sehr, sehr, sehr scharf sein. Also, ich hab da keine Bange. Er ist nicht so scharf. Und mal die andere Soße. Magst du auch ein bisschen Fisch? Ich mag es, es ist dieser fischige Geschmack, den ich nicht mag. Mal spät. Die schmeckt wirklich so, so, so gut. Die grüne Soße ist viel besser. Wow, die grüne Soße ist urlecker. Und Isaiah sitzt da bei Onkel David. Und Stephen hat gerade eine riesige Schüssel bekommen. Was isst du da? Ich bin mega gespannt drauf. Ja, mal gucken, wie es schmeckt. Und bei dem Gerät, was gerade Stephen isst, ist das Fufu in der Soße drinnen. Also man muss es sozusagen rausfischen und essen. Voll interessant. Ich kenne es von den Gärern, dass es extra ist und hier ist es in der Soße drinnen. Aber schmeckt es, Stephen? Ja, es ist mega lecker. Bisschen scharf. Aber es ist sehr. Es ist scharf. Umarikans essen. Ja, umarikans essen. Ich habe jetzt meinen Eiskaffee. Oh lecker. Und wir fahren jetzt zum Strand. Weil heute Sonntag ist halt nicht so viel offen. Aber Beach ist immer gut. Ich freue mich schon. Wir sind jetzt gerade beim Strand angekommen. Und es gibt einen Beach Club, der Vienna City heißt. Wie cool ist das denn? Ich komme ja aus Wien. Und deswegen alle Wiener, die zuschauen, schöne Grüße. Tschüss. 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 Und die ist eine angenehme Brise. Es ist gerade hier so ein angenehmer Wein und die Leute gehen voll ab und tanzen. Und ich natürlich liebe es veganes Tanzen. Sie haben sogar einen ganz eigenen Stil. Und ich jetzt da und schäufel mir ein Freak zu. Es ist da nochmal, ich spiele im Sand. Die Papfs kümmen sich um die Kids, wir sitzen jetzt da und werden uns gleich was zum Dave laden. Ich finde das ist der perfekte 1. Tag hier in Ghana. paintedando, wie schon sehr gefangen ist. Ich kann nicht mithalten, tut mir leid. Ich kann nicht mithalten, tut mir leid. Ich kann nicht mithalten, tut mir leid. Ich kann nicht mithalten, tut mir leckeres Pfand nachgestellig. Wir verlassen jetzt auch den Strand und fahren nach Hause. Es ist mittlerweile schon 19 Uhr. Es waren jetzt glaube ich nur 3 Stunden hier, also wirklich sehr lange. Aber für uns geht es jetzt überhaupt nach Hause. Ich hoffe euch hat unser erster Tag hier in Ghana gefallen. Ich fand es super schwierig endlich mal wieder zum Strand zu gehen. Und einfach diese Wellen und diesen Wind genießen. Das ist mir in die Gere abgegangen, weil es so alt war. Ich würde es auch schon fast vergessen. Hier in Ghana ist das Wetter perfekt. Ich freue mich schon auf die restlichen Tage hier. Morgen stellen wir auch schon früh auf. Um 9 Uhr geht es gleich los. Wir haben ein volles Programm geplant. Was wir machen, werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Vlog sehen. Deswegen unbedingt meinen Kanal abonnieren, damit ihr ja keine weiteren Ghana Vlogs verpasst. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Video. Alles Gute, bis dahin, gute Nacht und tschüss.